Karadol geht rüber dir. Ich habe einen Familienbetrieb. Ich habe immer zwei Säsonen. Der Familienbetrieb hat mein Vater angefangen. Von 46 Jahren. Dass die schneller fetten, rauchst du die Oberfläche ein bisschen auf. Das machst du nur mit dem frischen Käse. Erzähl mal, was macht ihr eigentlich jeden Tag? Ja, eigentlich. Meistens müssen wir in den Schminkern und neu vatern gehen. Oder gerade die Kien erreichen. Und sonst am Nachmittag sind wir eigentlich froh. Was gefällt dir am allerbesten hier oben? Also mir gefällt die gute Luft, die Bergluft. Und dass wir immer gerade gesessen haben. Und dass wir immer einen guten Vlocken sehen. Und dass wir immer einen guten Vlocken sehen. Einen guten Vlocken. Das bist du oder was? Ja. Was ist dein Lieblingstier hier oben? Halbzeitlich. Und das ist dein Lieblingstier. Die kommen mir so, erg grob. Und das ist dein Lieblingstier. Und das ist dein Lieblingstier. Und das ist dein Lieblingstier.